Waldränder oder lichte Laubwälder sind das Revier der Haselmaus. Ihr Name ist irreführend, da sie nicht zu den Mäusen zählt, sondern zu den Schläfern. Eicheln gehören genauso zu ihrem Nahrungsspektrum wie Haselnüsse und viele andere Sämereien. Ab und zu darf es auch mal eine Raupe oder ein anderes Insekt sein.